Diese Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Tante Emily also. Versucht er wirklich zu helfen? Aber wenn, warum verbirgt er dauernd was von mir? Ich will ihm ja vertrauen, aber ich hab eh keine Wahl. Noch ein seltsames Bu- Ich will ihm ja vertrauen, aber ich will ihm ja vertrauen. Ich will ihm ja vertrauen, aber ich will ihm ja vertrauen. Ich will ihm ja vertrauen, aber ich will ihm ja vertrauen. Ich will ihm ja vertrauen, aber ich will ihm ja vertrauen. Ich würde ihm ja vertrauen, aber ich will ihm ja vertrauen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Und jetzt pass auf. Das ist sehr wichtig. Du musst Emily dein Ticket geben. Sonst fährt die selber nicht. Hast du das verstanden? Ich glaub schon. Gut. Öffne die Tür, wenn du soweit bist. Und Sally. Ja? Gib Acht. Du machst das so gut. Danke. Ich habало. Die Tür schwindel Wir gucken. Genau. Die Tür rumes. yachts. Wir gucken. Das ist schräger als gedacht. 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 Guck, nur nicht runter. Guck, nur nicht. Das ist schräger als gedacht. 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 Nein! Das war's für heute. Ah! Ah! Geschafft! Ah! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe sie nicht gehänselt, aber ich habe es auch nicht verhindert. Als sie weg war, habe ich jeden Tag nach ihr gesucht. Aber da war es zu spät. Ich muss sie finden. Mich... entschuldigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist das? Bethelwood Umsiedlungsplan? Alt-Bethelwood. Neu-Bethelwood. Wie alt ist die? Ich wusste nicht, dass es zwei Bethelwoods gab. Zwei Städte. Das erklärt, was ich im Teleskop gesehen habe. Nichts. 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 Thinks. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Emily, du wirst nie wieder leiden. Ich bin fast da, Emily. Warte auf mich. Lass mich helfen. Ich bin fast da, Emily. Ich bin fast da, Emily. Ist das da? Ich bin fast da, Emily. So nah dran. Ich finde einen anderen Weg. Ich bin fast da, Emily. 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 Okay. Ich bin fast da. Und jetzt? Ich bin fast da, Emily. Ich bin fast da. Ich bin fast da, Emily. Emilie? Bitte. Hilf mir. Natürlich helfe ich dir. Oh nein. Lauf, Emilie, lauf! 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 Lauf, Familie! Lauf! Lauf, Familie! Lauf! Lauf, Familie! Lauf! Lauf, Familie! Lauf, Familie! Lauf! Lauf, Familie! Lauf! Lauf, Familie! Lauf! Lauf, Familie! Lauf! Komm mal auf! Puck, 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 Puck. Bring es in Ordnung. Beeilung. Nur eine kann das Ticket benutzen. Und was jetzt? Wenn ich Emily das Ticket gebe, setze ich... fest. Was tust du denn da? Es tut mir leid, Emily. Es tut mir so leid. Ich hätte von Anfang an für dich da sein sollen. Doch das war ich nicht. Ich hab... Ich wusste nicht, was du durchmachst. Als du weg warst, musste ich dich finden, denn ich... konnte mir nicht verzeihen. Doch ich lass dich... hier nicht allein. Nein! Sally! Du musst das nicht tun, bitte! Wäre ich nur eine bessere Cousine. Ich hab dich lieb. Wiß nicht? Ich hab dich nicht nur, Ich hab dich nicht v angelsopласen! Ich bin froh! Wird rot, Ich bin froh! dein Leben! Er war eins. Er, eineue, die shelving, 1, 0, 0.09. Das war! Er, das war viel klar! Amen. 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 Amen.